Tonabteilung? Ja, also Julian, Damian, folgendes, hier ist Martina, ich muss jetzt hier so Stempel einsammeln, damit ich hier so einen Zettel vollkriege, damit ich nicht gekündigt werde. Leute, ihr müsst mich mitarbeiten lassen. Also hier ist die Frau Dr. Klein, Dr. Lange, Jonas und Luna. Jetzt machen wir den Anfang vom Text. Das ist die Angel, wir gucken immer schön aufs Bild und vor allen Dingen, dass wir die Einzelkanäle nur aufziehen, wenn sie aussprechen. Dann habe ich hier einen Finger immer auf der Angel, das ist die Angel und die anderen Mikrofone, die tue ich so zumischen. Wow. Da gucke ich auf den Text, guck auf Bild, Text, Bild, Gott, ich muss noch mal den Sender überprüfen, dass der nicht über sich lockert. Genau, das ist der Sender. Mikrofon haben wir versteckt. Mein CTF. Okay, jetzt geht's los. Ja, okay, dann. Fertig? Okay, jetzt kannst du mal ein bisschen probieren, ich kann es jetzt noch schnell ein paar Sachen machen. Und du tust schon mal ein bisschen reinmischen. Ach du, ich meine. Alles klar? Ey, jetzt bin ich los hier aufgeregt. Oh, der. Das mit den Fingern, das finde ich ja, ich habe gar nicht so lange Finger. Achtung zum Drehen. Und Ton ab, bitte. Ton läuft. 6,19, 3,3. Zack. Achtung und bitte. Wo ist jetzt Luna? Ach da. Jetzt sagt Luna was. Zack, hoch. Bernd, danke. Okay, danke. Mann, 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 Mann. Ich muss auch noch angeln. Also das macht jetzt immer eigentlich Damian. Über die Schauspieler hier. Da wurde Dialog stattfindet. Sind wir soweit? Ja. Ja, bitte, alle rein. Kili, 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 kili. Also, top. Du kriegst ein Sternchen mit Fleischbügeln. Da kommt die erste Sahne. Ja, ist zu sage Sprechen. Nee, toll gemacht. Boah, boah, boah. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017